Musik Hier in diesen Kellern lagert einzigartiges Kulturerbe aus der ganzen Welt. Es ist in den vergangenen 500 Jahren nach Österreich gekommen. Es sind um die 200.000 Objekte, einige davon weltbekannt. Keiner kann sie jetzt sehen. Das Weltmuseum Wien hat wegen Umbaus geschlossen. Aber Ende 2017 sperren wir die historischen Räume in der Wiener Aufburg wieder für Sie auf. Kommen Sie mit, dann zeige ich Ihnen schon jetzt einige unserer Spitzenstücke. Und ich nehme Sie mit in die zukünftigen Seele unserer Dauerausstellung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig von meiner Vorfreude am Neuen Weltmuseum Wien vermitteln. Um dieses Vorhaben zu verwirklichen, brauchen wir finanzielle Unterstützung. Ich würde mich freuen, wenn Sie das Weltmuseum Wien auf seiner Reise in die Zukunft begleiten würden.